moin moin und herzlich willkommen zurück zu gothic 3 ja ich würde jetzt mal vielleicht doch mal gegen die goblins kämpfen wollen die hier in der hürde sein sollen da habe ich zumindest eine fest erledigt eine wenigstens mal krötenwurst ja schon wieder kommt fängt schon gut an wir essen mal noch ein bisschen fleisch haben wir ja genug und können auch noch mehr machen ein sammeln duten was ist das gebratene fleischwanze ich habe noch keine fleischwanze gefunden da ist schon der nächste so dass er auch wieder stark wäre so gibt es hier noch mehr zu looten habe ich da was übersehen ich glaube ich hier habe nichts mehr übersehen hier nehme ich mal alles mit da kommt schon der nächste okay langsam komme ich hinterm kampfsystem hinter so hier nehmen wir auch mal alles mit und futter noch mal ein bisschen was ich gehe erst mal da lang da so da 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 so da 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 oben da 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 schnell da da ja ok überlebt Ich hoffe, es ist keiner mehr da. An Goblins. Ich höre aber die Kampfmusik noch. Das heißt, irgendwo ist noch einer. Der nicht an mich rankommt. Da gehe ich mal von aus. So, was haben wir hier? Schwert, Kampfstab, noch einen Ring. Ring der Ausdauer, noch mal plus 10. Kann ich den ausrüsten? Habe ich den ausgerüstet? Da haben wir noch einen dicken Ork. Äh, Goblin. Morgentau nehmen wir auch mal mit. Okay, Kampfsystem komme ich immer noch nicht ganz gut. Nice, noch ein Level ab. So. Den Knüppel will ich haben. Einmal essen. Ich muss wieder Fleisch braten. Und speichern. Ach so, hier gibt es gar keinen mehr. Zu schwer. Zu schwer. Toll. Gibt es hier sonst noch irgendwas, was ich machen könnte? Außer hier jetzt ein bisschen Fleisch braten. So, äh... Ja, 13. So, Krötenwurst nehmen wir mit. Dann hätten wir hier alle erledigt. Nur die Tun können wir nicht knacken. Sagen wir einmal Bescheid, dass die hier alle hinüber sind. Der wird sich freuen. Äh... Die Feigen-Goblins sind erledigt. Und die Mistkerle haben dir nicht das Fell abgezogen? Teufel nochmal. Du hast es drauf, Mann. Das ist mir 100 Goldmünzen wert. Äh... Bring mir was über die Jagd. Bring mir was über die Jagd bei. Jagdgeschick. Ich will meinen Umgang mit dem Bogen verbessern. Zeig mir, wie ich Wildjäger werde. Wie ich Großwildjäger werde. Wie ich Orkjäger werde. Wie kann ich mich an, äh... Wildchen heranschleichen. Viechern das Fell abnehmen. Zeig mir, wie ich Reptilien heute abziehe. Zeig mir, wie ich den bestigen Zähne, Krallen und Hörner abnehme. Lassen wir mal. Wie viel Gold haben wir? 1259. Was ist das denn? Amulett des Eisschutzes. Zieh ich mal an. Dann haben wir zumindest Schutz vor Eis. Äh... 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 Auch falsch. Hier. 10 Lernpunkte haben wir wieder. Alchemie... Wenn wir da nochmal... Resistenz gegen Hitze. Wie baden wir das nochmal mit den Dingern? Äh... Benötige Schmiedekunst 10. Hä? Kann am Amboss normale Waffen... ...schmieden. Äh... Ich speichere das mal. Und wir gehen mal weiter. Da vorne haben... Ein Wildschwein. Da! Ja, komm! Also ich dachte, hier kommt noch einer irgendwo. Flammbäre. Nice. So, was haben wir hier? Außerordrang Wasser. Ein Sonnenkraut. Was war da? Finde hier? Noch ein Wildschwein, natürlich. Ah! Das ist ein Fleisch. Nehme ich aber gerne. Und noch ein Dodo. So, Wildbären nehme ich auch mit. Also das ist ein Hirsch. Äh... Das sind jetzt... Ein paar Dodo's zu viel, glaube ich. Ein Essig noch. Speichere ich. Eben drei Dodo's. Oh! So! Da! Okay. ich dachte der schwerer so ich will auch an den anderen hieran und hier was kann ich mit diesem gewendereiern machen wofür sind die gut da ist noch eine warum liegen hier überall so viele truhen rum egal wir machen mal auf mann plus 20 ausdauern schade dass sie kein traum ruf oder sowas schwarzer weise grüner nobi noch mehr boblins weg mit dir ich nehme alles mit was du besitzt und würde jetzt vielleicht einmal ein heiltrank nehmen auch wenn heiltränke momentan selten sind ich muss zusehen dass ich ihnen diese selber welche herstelle ja komm ja komm mach ihn fertig das war ja noch einmal wir sind ja schon relativ weit gekommen das war ja noch einmal wir sind ja schon relativ weit gekommen aber wie schöne brücke ok was will mich hier angreifen wo kam denn der locker her wo kam denn der locker her maler pflanze blutfliege oder dodo blutfliege da ergreifen wir die flucht ist aber heftig dass hier die blutfliegen giftig sind vorhin waren die noch nicht so giftig das war scheiße lässt sich aber nicht so giftig hat er sklave moment mal dich habe ich hier noch nie gesehen du bist den orks doch nicht etwa durch die lappen gegangen nimm den mund nicht so voll nimm den mund nicht so voll so so du meinst ich hätte angst vor dir was ich werde dich schon zur arbeit bringen du meldest dich innerhalb von drei tagen bei marik dem anführer der orksöldner in monterra sonst gibt es ärger klar so wie komme ich nach monterra wenn du den weg rauf Richtung norden nimmst bist du zwar schneller da wirst aber garantiert von banditen überfallen besser für dich wenn du den weg Richtung westen gehst der ist länger aber dafür ungefährlicher verstehe zeig mir deine wahre was hat er hier äh karte der welt sowas haben wir schon die trichette spitzhacke reis gebratene pfanne kann ich ihm was andre eigentlich eher wenig so ich könnte ihm das hier ansehen und die knüppel die dafür haben als goldausgleich dann 26 jahre eier und den die kampfstab also der ist sicherer meint er und daher werde ich von banditen überfallen kräften kräften ja natürlich das ist er hier sind ja auch hier keine banditen glaube ich hätte lieber mein glück mit den banditen so drei tage zeit was wenn ich diese drei tage nicht schaffe rüber zu kommen speichern vielleicht noch einmal so der weg ist sicherer meinte er hatte gibt es da auch noch weiteres sieht ja aus wie berge aber das sah nach bergen aus also dass dann land ist nun wahrscheinlich die map ist das für uns zu ende da ist noch mehr löpfer und die locker sahen in den vorigen teilen besser aus so steinwurzel nehmen wir auch mit aber ich finde das sieht echt schön aus bisschen runder alles aber ich muss auch sagen alles viel zu runter ja wir sind vergiftet worden hatten wir nicht irgendwie was gegen geht was macht gibt wieder heile beziehungsweise erst mal den vielleicht essen ja schön echt schön so wort fällt mir echt nichts zu reden was sie sagen kann ich glaube ich bin gleich mit bogen dann erledigt bekomme naja die dinge aber auch noch einsammeln so den da hinten lasse ich in ruhe wo sind die blutfliege da vorne wieso kam er auf die idee dass das hier sicherer ist blutfliege wo kommen wir an der blutfliege vorbei ohne attacke zu werden ja ok da ist ja die nächste warum sind hier so viele blutfliegen blutfliege ja da da ok treffend tut er mich trotzdem noch irgendwie aber sein fleisch gehört mir so was haben wir denn da ist nichts ich glaube das war ich glaube das greift mich jetzt an was sind da links gewesen noch ein ok das nun noch ein bildschweig ich glaube ich bin ich habe fast vor die blinde gelaufen bin zauberwurzel ach hier haben wir noch was eisenhallen und nochmal kurz speichern noch mehr banditen das ist kein normales wildschweig das ist ein ripper und wer sind die waldläufer 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 wenn du mit porgan sprichst behandle ihn mit respekt sonst kriegst du es mit mir zu tun äh was ist das hier für ein ort was ist das für ein ort hier ein ort der verwüstung und hoffnungslosigkeit dieses tal war einmal das größte dorf der waldläufer von myrthana die menschen kamen von überall her und labten sich an den heilenden händen unseres druiden porgan was ist hier passiert die orks haben unser dorf zerstört und alles gestohlen was zu finden war ich bin einer der wenigen überlebenden dieses fiaskos verdammt seien alle die sich an den pflanzen und geschöpfen adanos vergreifen wo sind die orks jetzt die das hier angerichtet haben wo sind die orks jetzt die das hier angerichtet haben sie haben sich in die großen städte von myrthana zurückgezogen unerreichbar für uns alles was von ihnen noch da ist ist eine kleine ork patrouille im norden die uns beobachtet lass uns die ork patrouille aufmischen wer bist du ich bin waldläufer und kampflehrer mein name ist arakos ich bin leibwache des druiden porgan also denke erst und handle dann verstanden ich führe sie gegen die orks ihr führt krieg gegen die orks wir waldläufer sind ein friedliebendes volk wir haben es uns zur aufgabe gemacht den druiden zu dienen und sie zu beschützen diese elenden orks jedoch sind mit dem schwert des krieges über uns gekommen und nun holen wir uns zurück was uns gehört nicht mehr und nicht weniger verstehe kannst du mir das kämpfen kannst du mich das kämpfen nicht bevor ich dich nicht besser kenne ich weiß ja nicht ob du dein neuerlandes wissen gegen mich richtest aber ich darf hier rein vorgast reden ich kann zurzeit nichts herstellen ich kann ich kann nicht kochen adonis sei mit dir was kann ich für dich tun wanderer ich schätze du hast das sagen ich schätze du hast das sagen ich bin kein herrscher meine kinder die waldläufer sind aus freien stücken bei mir wanderer ich bin ein wahrer der schöpfung wir droiden sind wächter der welt und ihrer natur unsere macht beziehen wir aus der kraft der geschöpfe adanos kannst du mich heilen kannst du mich heilen das kann ich wanderer komm an mein feuer und ich lindere deinen schmerz heilen meine wunden heilen meine wunden heilen meine wunden adanos licht erleuchte diesen körper ach so ich dachte ich kann mich entgiften welches geschöpft ist die quelle deiner macht welches geschöpft ist die quelle deiner macht mein droiden stein hält die kraft des keilers inne doch leider ist mir mein stein von den orcs gestohlen worden wanderer mehr als beunruhigend ihn in der hand dieser närrischen geschöpfe zu wissen ich will den weg des wissens beschreiten bring mir was über alchemie bei lehre mich das höchste wissen der brüden bring mir was über alchemie bei ich will den weg des wissens beschreiten telekinese goblin beschweren den weg der natur beschreiben tiergestalt hier berufen zähmen schlaf eis lanze eis lanze was hat das mit tieren zu tun also mit natur ok bringen wir etwas über alte magie bei alles wissen so wie sieht es jetzt aus alchemie 32 also nicht mehr lange haben wir das hier warte mal haben wir etwas was alchemie erhöht ja maximale mana hier nochmal dann wäre hier los jetzt ich kann ich speichere noch einmal für wölfe ist nur ein wolf ja ruckel ja okay das ist auch super heilwurzeln immerhin und sonnenkraut rippe oder wildschwein wildschwein äh wär ich von noch einmal angerissen? zum glück nicht da ist der nächste verdammt komme ich hier überhaupt noch heile durch? hätte ich vielleicht lieber meinen glückweiten banditen versuchen sollen vorbeizukommen ja komm was fehlt mir noch für die nächste stupe? auch noch ein bisschen ok aber wir kommen hier langsam weiter was war das da? wölfe vereinzelte wölfe und orcs ich werde nicht töten ähm ich wollte doch nur vorbei ich bleib stehen ich wollte doch nur vorbei ich wollte jetzt keinen kampf vor allem weil ich nicht weiß ob ich gegen euch überstehen werde ok wir haben es geschafft vorbeizukommen so so heilpflanze ach ach nö ach man habe geht zuletzt gespeichert jetzt was die kran man hatte jetzt zuletzt gespeichert ich wollte nach monterer so den machen wir noch ruckel das haben wir überstanden ohne ohne diesmal schaden zu bekommen nehmen wir noch mal alles und gehe ich dort hinten vielleicht noch mal ans feuer das fleisch wir haben 46 was jetzt auch wieder weniger wird 43 rohes fleisch 66 haben wir wieder immerhin und speichere ich noch mal jetzt ist die frage kommen wir vielleicht doch gegen die orks an die orks sind ja nicht so wie die tierchen hier jetzt noch mal gegen die also dann doch mal gegen die orks versuchen so und speichern vielleicht sind wir stark gegen die ich weiß es ja nicht okay das ist nicht der fall da sind wir nicht stark dann würde ich da einfach dann vorbei rennen wollen weil es doch ein bisschen zu schwer finde ich der kampf wird nicht lange dauern so die sollen mich aber in ruhe lassen ja bleib stehen warum ihr wollt mich töten warum sollte ich stehen bleiben nur weil ich schneller bin mora so eisenheim ah ruckel aber die haben auch schnell aufgegeben die verfolgung so ich war ja hier auch noch einmal da so den haben wir ich wollte schon sagen greifen wir noch ich warte hier an da sind leute äh rebell für den könig äh du bist ganz schön mutig du bist ganz schön mutig was meinst du mit dem spruch kommst du nicht weit bei der von orks besetzten gegend hier und rebellen erkennt man sowieso auf 1000 meter entfernung du solltest uns mit ein wenig mehr respekt behandeln sonst wird es dir wie den wüsten händlern ergehen von welchen wüstenhändlern sprichst du wenn du die straße nach westen folgst kannst du noch ihren alten kram liegen sehen wir haben sie ausgenommen und in die flucht geschlagen wo sind diese wüstenhändler jetzt sie sind nach monterer gelaufen wäre besser für sie wenn sie da auch bleiben und was machst du hier was machst du hier ich warte auf eine nachricht von unserem mann in monterer euer mann wir haben einen mann bei den söldnern eingeschmuggelt er soll herausfinden wann der richtige moment ist eine revolution zu starten die will bei mir mitmachen erzähl mir mehr über euren spitzel bei den söldnern erzähl mir mehr über euren spitzel bei den söldnern nur weil du mich noch nicht getötet hast bedeutet das nicht dass ich dir vertraue das wäre zu einfach mhm ihr habt die wüstenhändler ausgeraubt ihr habt die wüstenhändler ausgeraubt und wie wir das haben doch bevor du auf dumme gedanken kommst wir haben schon alles nach okara gebracht erzähl mir mehr über okara erzähl mir mehr über okara darüber wirst du noch früh genug etwas erfahren glaub mir ok also ich sympathisiere momentan am meisten noch mit den rebellen hier muss ich sagen hier muss ich sagen aber die assassinen irgendwie gefällt mir auch schon so was ist das ein schreien belia wahrscheinlich äh ne belia will ich nicht anbeten um wohlwarten wir spielen doch eh eigentlich die bösen spielen aber irgendwie doch mal komme ich auf die gute seite ich weiß es nicht ich weiß nicht so wirklich ist das schon montera ich glaube das ist schon montera was ist das kleine seite eιdechse das kann man aber nicht looten Die sind aber Erfahrungspunkte. So, das ist jetzt also Montera. War ich ja noch einmal? Krieger, Krieger? Ja. Auch wenn er so weiter macht, wird er es lieber. Kann dir doch egal sein. das kann ich nicht glauben so die lüte söldner, Ork-Söldner Ork-Söldner Torek wenn du bei mir Waffen kaufen oder das Schmieden lernen willst, musst du dafür zahlen, Mora okay, Mora was heißt eigentlich Mora? hier hast du Gold, kannst du jetzt mit mir von mir? bringen wir was über das Schmieden bei bringen wir was über das Schmieden bei wie kann ich Schwertrüstung nutzen was muss über Schürfen wissen man kann hier schürfen wie schenke ich einmal eine Klinge zeig mir wie ich eine Erzwaffe schmiede womit dann? ah, ich brauche einen Schmiedehammer okay äh, Ork Krieger die guckt mich schon ganz böse an hier traue ich mich irgendwie eher weniger Blödsinn zu machen so ängstlicher Sklave nicht schlagen, Herr was machst du hier? ich dachte ich mache mal eine Pause hier in dieser Hütte sie wird sowieso von keinem mehr benutzt aber ich denke ich gehe jetzt besser wieder in die Arbeit schöne Arbeit da haben wir Wasser Teleportstein schninken Möhre eine Hafe so nehme ich auch wieder mit alles ähm die wird eh von keinem Nuss dann ist das jetzt meine Hütte dann können wir hier bis zum Morgen schlafen so hier ist eine Bank Schatulle zwei Hände ein Apfel eine Möhre nein, 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 nein wieder weg Ende ich wollte das da oben haben der Brot den Schinken die Birne den Schnaps und den Inhalt mit dieser Truhe abgebrochen ich brauche einen Dietrich oder den richtigen Schlüssel ich habe keine Dietriche mehr verdammt ich habe keine Dietriche so, aber jetzt will ich mal gucken wir haben hier äh eine neue Waffe eingesammelt den hier benötigte Stärke 150 Klingenschaden 75 am besten du erledigst das mhm der pack ich mal woanders und den würde ich mal hier oder warte ich tausche auf neu dann lasse ich da sortiere da mal ein bisschen um kann hier doch egal sein so Steinwurzel ach hier sind die Fackeln die packe ich aber mache ich hier auf die 10 ist nur die Frage äh wo habe ich die 10 ist das die 0 ist die 0 ok so fort womit kann ich dir helfen frisches Wasser neues Werkzeug und verbrauchte Fackeln wenn du genügend Gold hast kannst du alles von mir bekommen Fremder äh zeig mir was du hast 50 Gold ok ich muss dir Geld ausgeben damit ich mit ihm handeln kann da bin ich kein Fan von au ne Armbrust so aber wir nehmen alles mit ich brauche einen Dietrich oder den richtigen Schlüssel ich muss zusehen dass ich irgendwie einen Dietrich brauche ich brauche einen Dietrich oder den richtigen Schlüssel und Bison Fell Klauen Wildschweine hauen so noch ein Bison Fell ich bediene mich hier einfach hier sind einige wertvolle sachen verschwunden und schlimm weißt du etwas darüber nein wir beobachten dich ein neuer mann du kommst gerade recht was machst du was machst du das ganze ich pass auf die sklaven auf aber bei den beschissenen bedingungen macht es keinen spaß sag ich dir ständig gibt es was neues hier nachschub schwierigkeiten sklaven hauen ab und was weiß ich noch alles verdammte scheiße noch mal ich will doch nur meine ruhe haben brauchst du hilfe für mich sehen diese ausgemergelten gestalten alle gleich aus ich blick da langsam nicht mehr durch du solltest dir die burschen mal genauer ansehen und mir sagen wer ausgetauscht werden soll ausgetauscht was meinst du ausgetauscht was meinst du wir können die armen hunde nicht ständig im tempel buddeln lassen sie brauchen auch mal eine auszeit dazu tauschen wir wöchentlich die sklaven mit den bauernhöfen sein die arbeit draußen ist etwas leichter die burschen erholen sich wieder echt gut ich suche dir einen sklaven aus gut aber mach nicht zu lange schichtwechsel im sklaven den sklaven tauschen machst du gefälligst zählt ängstlicher sklave richtig aber trotzdem geht das so nicht weiter ich glaube ängstlicher sklaven einige dinge werden sich niemals ändern also du gehst weiter sonst kriegen wir noch ärger und es kommt noch schlimmer was was ist denn das bradley sklavenliste bradley guck woanders bitte weil irgendwie musste mich aber so oder so noch hier melden zu sehen ein top brot hohe fleischwanze apfel bei wem hier vielleicht wer was kommt denn endlich die ablösung ich drehe noch durch was gibt mir wenn ich dich heraus was gibst du mir wenn ich dich hier raus hole aber ich habe doch nichts was soll ich dir denn geben erzähl mir was über deinen aufseher bradley heute ist dein glückser du darfst zum vieh hoch erzähl mir was über deinen aufseher bradley bradley macht seine eigenen schmierigen geschäfte hier im lager jeder sklave hier will nach draußen auf die höfe keiner will hier drinnen arbeiten bradley hat so eine liste wer auf bradleys liste ganz oben steht kommt auf einen der höfe für eine weile dieses verdammte schwein lässt sich von uns dafür bezahlen um in seiner liste nach oben zu wandern verstehe heute ist dein glückstag du darfst zum viehhof danke alter ich hielt es auch schon fast nicht mehr aus hier wenn gert meine fresse ich schufte mir hier den arsch ab hoffentlich kommt bald mal die ablösung was ist dir denn eine kleine was ist dir eine kleine pause wert oh man ich gebe dir alles was ich habe wenn du mich hier rausholst na gut was hast du denn ich habe dieses artefakt hier gefunden einen seltsamen kelch den würde ich dir überlassen du hast einen kelch gefunden sagst du einen feuerkelch was weiß ich denn ich kenne mich doch nicht mit den dingern aus mann äh geht zum viehhof danke mein ich bin schon unterwegs moment du hast noch was vergessen ach ja hier hast du den kelch den ich gefunden habe schönen tag noch mal so waren jetzt nur die beiden hier oder wie es die schleppen steine ok sonst hat hier keinen namen ich glaube das war mal in uns geweiht hier und es ist niedergebrannt ist es jetzt erledigt wo ist denn der gut gewesen und es kommt noch schlimmer brady ich habe mich um die sklaven gekümmert ich habe mich um die sklaven gekümmert das sehe ich ich hätte es anders gemacht aber von mir aus jetzt brauchen wir schnell neue arbeitskräfte hier im lager geh und sag dennis vom viehhof vor der stadt dass er mir neue leute schicken soll ok ja dann würde ich sagen hören wir uns darum in der nächsten folge und vielen dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer max deus und ciao und dann und dann Untertitelung des ZDF, 2020